in ost zum grusen herzlich willkommen zurück zu let's play days gone wir sind nahe der oder eigentlich schon direkt nebendran von den masama falls hatten hier beim letzten mal uns gegen ende noch die hinweistafel durchgelesen und hatten das für sarah wichtige silikat geborgen zwar hier in dieser hütte und damit wäre es jetzt bei zeiten auch fast zurückgegangen zu wizard island ich wollte eigentlich zwei fliegen mit einer klappe schlagen hätte ich mir so oder habe ich mir so gedacht und zwar hätte das vorgesehen dass wir von hier aus die nester erstmal von dem verbrennen was da ist und dann hochgefahren werden zum holzfällerlager oder zumindest am fuße des holzfällerlagers und zwar mit der kopf geldjagd christel atkins war das nicht sogar die frau die gefangen genommen wurde also just in diesem lager dann zurück oder von dort aus dann wo es hat allen gebracht wurde und dann vielleicht geflohen ist handelt es sich dabei um diese person ich glaube das war die die ins arbeitslager gesteckt wurde und mit uns als auch taylor auf der auf der bühne gestanden lassen gleich um die ecke sein eigentlich müsste das ja schon gereicht haben eigentlich müsste das gereicht haben ja sehr gut ein molly haben wir noch herstellen können wir keine weil ja kein kerosin aktuell bei uns tragen da steht schon ein kamister da man ja jetzt mittlerweile durch das zweite hinterhalt camp hier im crater lake alles aufgedeckt hat an der karte kann man sich auch mal die restlichen ortschaften und damit in verbundenheit stehenden gebäude nämlich auch mal ansehen interessante eine sehr interessante lampe eine familie die hier mal mit ihrem kleinkind gelebt haben muss interessant auch dass das ding innen drin liegt die matte und nicht vor der tür normalerweise kenne ich das eigentlich andersrum noch ein hundespielzeug schießpulver ok 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 hier wurde offenbar mal ein pferd gehalten das hier war keine tankstelle war ich nämlich auch noch nicht hier in den verbrannten häusern da wird man nichts mehr finden bin ich mir ziemlich sicher na gut und ticken weiter gerade außen dann rechts ich hoffe mal so lange hält auch noch der sprit bis dahin der erste kreischer roadkill selbst die hat es nicht kommen sehen das ist ja von weitem aus die gollum da kann sie jetzt erstmal dazu packen na also was war ich dass der überhaupt noch zu erkennen ist da fahre ich jetzt nicht runter aber es ist von hier aus jemand abgehauen ja nee das führt nach unten das werde ich jetzt an der stelle mal nicht weiter verfolgen gut aber wir sind wir sind wieder auf kurs körper oh shit na gut anscheinend sind wir hier nicht die einzigen die gerade probleme haben oh ja auch da möchte ich mich jetzt erstmal nicht mit einmischen mit einem mit einem mit einem Molli. Das war es dann auch mit der Situation. Selbst bis auf die Toilette haben sie die Leute hier geprügelt. Oh, der Benzinkanister, der kommt mir nur gerade gelegen. Weil du als Taxifahrer auch so scheiße parken kannst. Auf zwei Plätzen. Da gehört auch schon was zu. Ach, da steht sogar noch einer. Den hatte ich gar nicht gesehen. Das war's. Okay. Noch ein Stückchen war da geradeaus und die nächste, die kommt links. Hier lang. Na gut, da werde ich jetzt mal nicht intervenieren. Der Bär, der war ja auch nur auf der Jagd nach einem Essen. Ich wollte sagen, ich habe doch was gehört. Ja. Viele Male hat's geklappt. Nur diesmal sollte es nicht sein. Wo werden wir denn jetzt gespawnt? Jo, alles klar. Dann acht. Oh, Kinder, ey. Kinders. Was soll das denn? Na gut, das gehört ja dazu. Nein. Na komm, Deacon. Dann machen wir jetzt mal einen schnellen Schuh. Wenn das Ding ist, dann sind ja die Materialgänge jetzt auch wieder hier, oder? Ja. Oh, Mann. Ja, Leute, das gehört. Das gehört leider dazu. Das gehört leider dazu. Hier war nichts weiter. Da in der Hütte war auch nichts. Gut, dann können wir von hier aus wieder verduften. Ich meine, ja klar, das ist jetzt wieder ein Weg, den man sich hätte schenken können. Aber gut, es klappt halt nicht immer. So. Also. Okay. 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 So. Okay. da lagen tatsächlich materialien auf dem boden deswegen hatte ich davon auch gebremst gehabt aber ich konnte es nicht zuordnen was ich da gesehen habe aber da war gerade noch etwas wenn das nicht okay schade das ist der baum bei dem man sich die bolzen herstellen kann für die armenbrust weil ich hier war gerade noch etwas kanadischer hartriegel das ist doch jetzt mal wieder ein neues sammelobjekt und zwar in der kräuterkunde nur wo ist die frage die nummer vier der in nordamerika verbreitete kanadische hartriegel trägt hübsche blüten im laufe des sommers werden die blüten durch bären ersetzt die vögel anziehen und somit die verbreitung der samen fördern immerhin die erste pflanze die jetzt auch mal hier in crater lake gefunden werden konnte und diesmal gibt es hier keine überraschung von hinten nur diesmal gibt es jetzt hier nicht die leute die hallo die zumindest schon einen teil der arbeit hätten übernehmen können das dafür ist allerdings neu ja das ist ein event das war vorher nicht der fall oder man könnte sagen die leute liegen ja einfach schon etwas länger das wäre auch eine alternative aber jetzt ich meine auf der karte sah das nach einem längeren weg aus aber gut das ist ja auch nur das einzugsgebiet oh ja aber da qualmt was ich bin jetzt am letzten bekannten standort ist sie dort nein aber hier steht ein bike der miliz also also weit kann sie nicht sein sehr gut machen sie weiter garrett ende ein miliz spike das muss dann wohl ihres sein ok was haben wir denn da ok was ist hier passiert da das bike blieb liegen und du bist ziemlich ausgerastet also hatte es sich tatsächlich um die gehandelt von der ich gesprochen hatte die wir ja hier im holzfäller lager das erste mal getroffen hatten was ist das sie sie hat wohl was verloren was hast du verloren was auch immer es war du wolltest es unbedingt zurückhaben was ist das ein einring ok das wäre der erste mehr stich ja ja was haben wir hier mhm ich meine ok wenn man muss dann muss man dir ist hier draußen alles völlig egal oder crystal mehr stiefelabdrücke mehr stiefelabdrücke es ist trotzdem eine fährte dann ist sie da lang hier hoch ja bourbon hatte damals in dem ersten metro teil ja auch mal gesagt ne es kein gelbe schnee und die können dir rate ich das gleiche oh shit ja es ist ja exakt der gleiche ort wo wir sie damals das erste mal gesehen hatten dann snipe am so hoch her ist das ein stein hier ist was der hört hier gar nichts mehr wo kommt er denn her und er konnte immerhin keine verstärkung mehr rufen aber wo kam er denn her naja glück im glück möchte ich mal sagen ja nicht weg laufen du wärst nummer vier und damit schon mal ein drittel abgearbeitet dankeschön den attraktoren nämlich auch gerne sagen jetzt wird das neuer ganz geil schießpulver die sind ja schon fast aus wie viele leute von euro da werde ich ohne aufmerksamkeit zu erregen jetzt so schnell auch nicht rankommen ich mache das eigentlich schon ob wir sind dass man da eigentlich was sehen müsste gewesen hat dir gefehlt zu sagen schön muss er direkt hinter der tür gestanden haben aber gegen den westboschläger junge habt ihr keine chance die hälfte haben war der timer geht das ist ein ja relativ guter abschluss ich glaube immer für die leute hole ich mir einen molly ran na gut leute das soll jetzt erstmal gewesen sein der eine weg war zwar doppelt aber wir haben ja trotzdem einen fortschritt erzielen können also immerhin eine schadensbegrenzung die da betrieben wurde insofern danke fürs zu sehen und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt let's play days gone